Okay, ich begrüße euch alle herzlich zu der Säuge von Sanktum 2. Wieder auf dem Fetzig-Flaggon dabei, habe ich wieder mit eingeladen. Hallo, liebe Freunde. Hallo. Hallo. Und in dem Sinne, haben wir letztes Mal in dem Park gespielt, da haben wir ja einen souverän abgeschnitten, souverän. Souverän, aber sowas. Und jetzt als nächstes, wenn man in den Park geht, was kommt natürlich logischerweise nach, natürlich das Bio-Labor, das macht doch völlig Sinn. Klingt logisch. Punkt Kartenaufbau, sehr interessant. Gehen wir einfach mal hin, gucken uns das Ganze an. So, schlimmer als bei mir auf Toilette, kann es nicht aussehen. Das ist auch ein Bio-Labor. So, und dieses Mal spiele ich einfach Rex, ich meine Sweet Autumn, der süße Herbst, so nennt sich das der auf Deutsch, den spielen wir jetzt. Und wir gucken uns das mal an, was er hat. Okay, der hat auch wieder elektrische Kugel als Pistole. Und wir können jetzt diesmal zwei Türme mitnehmen, ist das nicht toll? Ah, ich sehe gerade, dass auch wir, also ich auf jeden Fall, kann mir diesmal was auswählen. Verschiedene Kämpfer. Sieht interessant aus. Schon mal nicht verkehrt. Was ist ein Rex? Den nehme ich diesmal mit, und mit dem Raketenwerfer, glaube ich, wird das wahrscheinlich sein. Also sieht das auf jeden Fall aus. Ja, irgendwie sowas wird es sein. Und ja, ich würde mal sagen, ich nehme diesmal einfach, ja. Also der Rex hat als Spielmodus, er verschießt eine hochexplosive Rakete, und der Sekomea-Monus vom Rex ist halt, halten für Zielerfassung. Ja, ich werde mal den mit der Schrotflinte heute nehmen. Was habe ich jetzt hier? Moment, jetzt habe ich... Ja, wo steht denn das jetzt? Irgendwas habe ich ausgewählt. Sehr gut. Ja, Sturmgewehr habe ich auch. Okay, dann gehst du mit dem Sturmgewehr rein, und ich habe diesmal den Kanonturm und den Blitzschlag mitgenommen. Akzeptiere das Ganze, und warte jetzt auf die anderen beiden Spatzis, und dann... Ja, ich nehme den Blitzschlag und die Gatling mit. Genau. Okay. Und werde jetzt auch ins Spiel eintreten. So, diesmal ist das Ganze... Du hast ja keine Waffe ausgewählt. Ähm, das kommt doch, das kommt gleich wieder, wenn du auch bereit gemacht hast, da hast du eine Waffe dann. Ich stricke dich doch nicht so. Nein, ich meine hier... Ja, das habe ich gerade... Wenn ich gerade so rüber gucke, sie kann nur Wände bauen. Ja, das ist schon okay, weißt du? Ach du Scheiße. Aber das ist der Punkt, den wir verteidigen. So, folgendermaßen, wir können diesmal nicht überall bauen. Wir können entweder da hinten bauen, wo unser Manneken steht, hier, hier steht zum Beispiel einer, oder wir bauen hier vorne Türme. Sprich, ähm, wir müssten uns hier jetzt eigentlich rein theoretisch aufteilen, dass sie da, ähm, den Job übernimmt. Ich kann auch Mauern bauen. und werde das einfach mal machen. Ja, ich kann also absolut gar keine Mauern bauen, komischerweise. Auch nicht. Ich werde das hier mal abtrennen. Ich mach das einfach mal wie folgt. Wartet. Das ist ein wenig verrückt. So, ich... Aber ich kann dafür Türme bauen und sowas. Ich baue das hier einmal kurz auf hier, damit sie eine lange Strecke haben, die sie laufen müssen. Ah, hier nochmal. Okay, this might work. Okay, this might work. Okay, ähm, und dann baue ich, äh, würde ich mal sagen, ja, wir müssen natürlich auch was, wir müssen auf der anderen Seite auch noch bauen. Hey. Ups, warst du im Weg? Ja, ich glaub schon. Und den schreit... Wieso schnauft sie wie ein Mann? Okay. Okay, also... Okay, also anscheinend kommt von der rechten Seite noch niemand. Da ist doch alles okay. Wir müssen uns erst mal nur um die linke Seite kümmern. Dann... Ich hatte mich schon gewundert, dass die Karte so komplex war für eine zweite Karte. Aber gut, wir müssen uns erst mal nur hier vorne aufbauen. Ich baue mal einen Blitzturm. Dann habe ich auch schon. Und, äh, den klatsche ich... Okay. Dann klatsche ich uns einfach mal zwei Blitzturm hier hin. Der springt von Gegner zu Gegner, der schluss mit dem Teil. Ah, ich bin mal gespannt. Also ich halte ihn für wirkungsvoll. Das hoffe ich auch jedenfalls. Und, äh... Für mehr habe ich leider kein Geld. Aufrüsten kann ich. Okay, du hast den aufgerüstet. Sehr gut. Okay. Das muss ich auch mal machen. Ah, nein. Achso. So, und ich würde sagen, wir sind bereit für die erste Welle. Ja, ich würde sagen, geben wir den Futter, wa? Alter Schwede, warum ist meine Waffe so fett, dass es ein Drittel meines Bildschirms einnimmt. Oh, der Pumpgun. Wow, ist das ein kleines Vieh. Ey. Also der Raketenwerfer ist sehr übel. Er schießt einfach derbe rein und macht viel Schaden. Aber man kann damit sehr, äh, durch die Gegend hopsen. Das ist sehr interessant. Alter Schwede, also die... Pumpgun ist ja nicht so meins hier anscheinend. Alter. Fuck. Aber so ein Highlight ist die Pumpgun echt nicht. Was der Bauer nicht kennt. Das ist aber, was der Bauer nicht kennt. Okay, und so... Ich rüste nochmal alles auf. Sehr gut. Da rüsten wir den... Ja, den Thomas-Turm rüsten wir auch mal weiter auf. Oh, hier, Kiserville 3. Haben wir mega Türme. Äh, so. Wir wollen nochmal so einen normalen Kanonenturm. Äh, ich hab hier mal einen Gatling-Turm hingefeuert. Und dann waren wir nochmal normalen Kanonenturm. Und dann wäre, glaube ich, sehr gut aufgestellt hier. Ja. Und, äh, können die nächste Runde starten. Würde ich auch sagen. Hauen wir sie weg. Oh, hier einfach mit Raketenwerfer rein, weißt du. Ey, nee. Was ist das für die Zielerfassung? Burp, 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 burp. Na, ich schuldige meine Waffe so halt. Das ist ja der Wahnsinn hier, meine... Schotschlinde. Ich glaube, ich habe gerade rausgefunden, dass, wenn ich die ein paar Mal auflade, dass so ein Monsterschuss da rauskommt. Oh Gott, die Krabbeln weg. Oh, shit. Okay, ich halte sie auf mit Raketenwerfer. Und da kommt noch ein Krabbelviech. Oh, shit, ey. Und so Leute ballern hart. Ich bin da durchgekommen. Irgendwie ist einer von denen gerade eine Mine reingerannt. Eww. Warum auch immer. Aber dieses Mal kommen die Gegner von rechts. Wenn ihr mal auf die Karte anguckt. Okay. Jetzt wurde das Tor hier auch geöffnet. Und wir werden uns mal wieder eine kleine süße Mauer hier aufbauen. Ich kümmere mich da mal drauf. Ja, würde ich auch sagen. Ich baue dich mal hier so schräg auf. Ich muss mal da hinkommen. So. Und am besten ist es wohl, wenn ich hier vor einen Kanonenturm hinbaue. Genau. Und du kannst dann eben einen Britzelturm bauen, Thomas. Ja, ich baue dann eben mal einen Britzeln. Und da machen wir eine Britzelturmkombi. Ja, was? Eine Britzelturmkombi. Ja, mal gucken, was daraus wird. Ein bisschen was abverteidigt, wissen wir nicht. Genau, Buschel, Upgraded, das Ganze normal. Immer. Und dann versuchen wir hier gleich mal... Was kommt denn da raus? Kommen da starke Viecher? Da kommen vier Läufer und all so ein Ding, das ich glaube ich nicht kenne. Doch, das ist ein super fetter. Das sieht aus wie ein Flieger. Oh man. Es kann auch... Es kann recht interessant werden, glaube ich. Kann das ein Flieger sein? Ich weiß es nicht. Also ich lad meine Pumpgun gleich mal volles Pfund auf und dann rotz ich da richtig rein. Auf geht's. Wow. Das ist cool. Alter, was ist das für eine Tierfassung? Wow, der geht voll auf mich los, der Spatten. Das ist voll aggro, ey. Oh shit. Wow, ich bin gleich tot. Ich habe ihn in die Luft gejagt, das ist doch lustig. Da kommt der Nächste. Den Shotgun-Typ nehme ich nie mehr. Okay. Ich habe meine Raketen aufgeladen und schieße mit einem Superschuss. Yeah. Okay. Voll unlogischer Schuss. So, jetzt rotz ich richtig weg. Das war's. Alter, oh diesmal kommen sie von beiden. So, jetzt müssen wir uns taktisch verhalten. Ich würde sagen, ich gehe mal zurück und ihr beide bleibt da drüben, weil wir da noch nicht so eine gute Verteidigung bei euch haben. Aber hier hinten, hier kommen zwei Schwärme bei mir. Zwei Schwärme, meine ich. Wo bist du denn jetzt? Ich bin auf die andere Seite gegangen. Ich verteidige das hier jetzt und ihr werdet da drüben bleiben, weil ihr habt eben noch nicht so gute Verteidigung, wie wir hier drüben haben. Richtig. Wir rüsten hier mal ein bisschen weiter auf. Ja, ich mache, es gibt doch ein ganzes Geld auch noch außen. Der ist schon maximiert, dann lass... Gut, den nochmal. Und wenn wir haben, den Britzelturm nochmal ein bisschen. Falls du noch kannst. Nee, ich kann nicht mehr. Es geht los. Oh mein Gott. Nächste Welle kommt. Ich baue nochmal an die letzte Mauern, die ich hier aufbauen kann. Das hat ja viel gebracht. Egal, was da gleich kommt, ich rotze es voll weg. Ich habe meine Pumpgun voll aufgeladen. Ich versuch's auch. Und da kommt der Schwamm. Na, wo ist er? Nice. Sehr gut. So, den haben wir schon mal weg. Bei mir kommen Schwemmel. Die werden natürlich einiges aushalten. Ja, sag Bescheid, wenn du Hilfe brauchst. Ich werde Hilfe gebrauchen können, auf jeden Fall. Ja, ich komm. Weil die Schwemmel, ähm, die Blitztürme sind dagegen nicht so effektiv. Da hätten Gettling-Türme besser geholfen. Aber den hier habe ich kaputt, auf jeden Fall. Sag Bescheid, wenn du, wenn bei dir nix mehr geht. Kleine Wuschel. Noch geht's. So. Ich bin geladen. Domme Raketen. Weißt du, weil Raketen schiemen einfach quer durch den Raum. Ich glaube, es passiert nix mehr bei mir. Das ist gut. Soll ich mal rüberkommen? Oh, die haben ihn gleich tot. Oh, er ist weg. Haben wir alles? Ja. Nice. Ich sage, ich sage nicht den Bauern scheiß. Den Bauern habe ich auch wieder. Nicht, dies war zu Glück. Was kommt hier drüben? Hier kommen sechs irgendwas und ein Flieger und sechs große kommen hier drüben. Okay, hier kommen drei. Also bei mir kommt die mildere Welle, wenn man so will. Ich bleibe einfach mal wie hier drüben. Ich, äh. Ich baue hier drüben nochmal einen Blitzturm. Okay, ich brauche hier auf jeden Fall, brauche ich hier keine Gettling-Türme. Das sind nicht nur starke Gegner, die nur jetzt kommen werden. So, dann lass mal diesen Britzelturm, der hier steht, nochmal ausbauen. Ich bin dabei. Achso, ich kann gar nicht mehr. Ne, den linken. Achso. Ach, scheiße, uns fehlen da fünf Punkte, sonst hätten wir ihn noch aufs nächste Level gekriegt. Schade. So, ich habe da nochmal Kanuto gebaut, bauen nochmal eine Mauer mehr. So, das kann gleich übelst interessant werden. Das heißt, ihr beide campen wieder hier. So, ich bin bereit. Ich auch. Könnt dann alle auf Enter drücken. Jupp. Jupp, geht los. Können losgehen. Kommt die nächste Rewelle. Wow, fette Fee. Oh, Alter, ich schieße den Raketenwerfer immer sonst wohin. Ach, du Scheiße, der ist richtig groß. Ja. Und ich muss nachladen. Wow, also der ist... Alter, du Mistvieh. Jetzt stirb, stirb. Oh. Alter, Raketenwerfer liegt auf sehr starkem Bürst-Damage irgendwie die ganze Zeit. Also hier kommen wir gut gegen an. Ja, hier kommt so ein fetter Krieger, aber den habe ich auch gleich kaputt. War's das? So. Nee, jetzt haben wir's. Ja, nice. Das ging aber richtig schnell. Ja, also die leiste auf jeden Fall Widerstand. So, der hat uns auch ausgerüstet wieder. Das kann ich anders nicht sagen, aber es hält sich alles in Grenzen. So, jetzt müssen wir gucken. Ja, hier kann ich nichts mehr machen. Basteln. Warte mal, hier können wir ja nichts mehr hinbasteln, glaube ich. Genau. Hier kann ich gar nichts bauen. Hier auch. 250 Geld habe ich. Was kommt denn hier jetzt gleich durch? Hast du mal geguckt? Wieder 5 und 1 kommt bei uns durch. Genau wie eben, ne? Ja. Und bei dir? Bei mir kommt hier ein Schwamm kommt hier durch. Ja. So ein dickes Ding für normale Leute und ein Fliegender. Ja, warte mal. Ich komm mal. Ich baue mal bei dir ein Türmchen hin. Wir haben genug hier. Okay, dann bau nochmal hier links einen hin. Hier an die Ecke. Würde ich sagen. Britzler oder was? Ja, wie du willst. Auf jeden Fall geht's gleich los. Ja. Gott. Ich hab da nochmal einen Britzler hingebaut bei Matze. Ich glaube, der wird mir leider nur nicht helfen. Ich war ein wenig in Eile. Okay. Gut, auf jeden Fall. Wenn es hier knapp wird, dann kannst du hin und her wechseln, Thomas. Ich sag dir dann aber Bescheid. Kommt ein Schwamm wieder. Oh, fuck. Der ist genau in dem Moment hochgesprungen, als ich geschossen habe. Okay. Okay. So. So. So, der Schwamm kommt nicht durch. Der stirbt. Oh, hier haben wir auch alles gut im Griff. Ja. Oh, noch so ein hässlicher Läufer. So, hier sind wir glaube ich schon fertig. Nee, hier kommt noch einer. Hey. Bei mir kommt auch noch einer. Jetzt sind wir durch, ne? Ja, bei mir kam noch einer. Bei mir kamen noch welche. Das war das Ding. Sind wir bei dir jetzt auch durch, oder? Oh, hier kommt noch einer, oder? Nö. Bei uns ist nichts mehr. Oh, die kommen hier in Wellen, kommt die. Oh nein, der Petter kommt nochmal. Achso, bei dir. Ja. Bei mir kommt nochmal ein Petter, aber das wird schon. Ja, wann mal, ich renne notfallmäßig nochmal rüber, falls er durchkommt. Ja, das soll klappen. Oh, das ist schon geschafft. Ja, das ist aber super, funktioniert. Mal schauen, Level 4. Ja. Ja, Level 4. Level 4. Ja, wir auch. Und wir halten alle, oh, wir haben eine neue Sachschwimmfähigkeit, Verstärker freigeschaltet. Alle drei Treffer werden 100% des Waffenschatzes als Bonusschaden hinzugefügt. Oh. Okay, das hat Michael Meister gegeben, muss ich einfach mal an der Stelle sagen, aber das. Du hast freigeschaltet, statische Entladung. Fügt deinen Schuss vor einem Blitzentladung zu, der bei anderen Gegnern in der Nähe 50% des Waffenschadens bewirkt. Cool. Ja. Das ist natürlich schön. Und durch einen Platz für eine Verstärkung kannst du eine zusätzliche Verstärkung ausrüsten. Achso, Verstärkungsplatz, das sind sogenannte Perks, da könnte man auch im Englischen sagen. Die sind dafür da, uns passive Verbesserungen zu geben, die wir jetzt gerade vorgestellt bekommen haben, die davor eben drankamen. Oh. So, jetzt sehen wir nochmal, was hier passiert ist. Wie das ausgedeht hat. Es ist aber schön zu sehen, dass die Türme einfach extrem viel Schaden machen, aber man selber als Team trotzdem ein Drittel des Schadens übernimmt, muss man einfach mal sagen. Ich habe echt viele Volltreffer gelandet. Ja. Und ein bisschen Schaden erlitten. In dem Fall, Killinglapped und ich haben viel für die Türme ausgegeben, aber meistens hat Bushel dafür die Ausrüstungsausgaben ausgegeben. Die hat die Türme die ganze Zeit ausgerüstet. Irgendwas muss ich auch können. Ja, und Thomas hat sich dann natürlich komplett in den Tampf gestürzt und hat am meisten Schaden erlitten, weil er einfach denkt, ich bin Schrot finden, ich muss das machen. Ja, hätte ja klappen können, ne? Ja. Kann ja nicht alles funktionieren bei mir. Ja, und das war es dann erstmal bei uns gewesen, so ein bisschen mit Sanktum. Ich hoffe, ihr habt das Ganze gefallen. Ich fand das Spiel auf jeden Fall auch außerhalb der Aufnahme, fand ich das eigentlich recht gut gewesen. Ich fand das eigentlich ganz angenehm, das mal zu zocken. Wir werden es wahrscheinlich auch nochmal privat ein bisschen weiterspielen. In dem Sinne. Dann klappt es vielleicht besser. Ich probiere es auf jeden Fall auch nochmal aus. Mal schauen. Alles klar, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Projekt. Und dann war es das. Und Matze kickt uns aus dem Spiel. Hab ich. Weg ist er. Weg ist er. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.